Das ist ja... wow. Captain Obvious hat zugeschlagen. Nächster. Okay, spinnen. Wow, ist sie schnell. Hast du Spinnen? Ah, guck mal! Die sind tatsächlich größer. Es gibt große und kleine. Aber ich dachte schon, ich irre mich. Ah! Nice. Ha, Kiste! Drang der Vitalität, ja. Oh, bin wieder voll. Nutze ich mal so ne Ration. So viel Zeug hatte ich noch nie gehabt. Komm her. Ja! Ja! Wie sie mich hier mal anfaken, ey. Einer kommt von da und der andere kommt dann von woanders. Ist noch so nett. Mhm, mhm. Ich weiß schon, was da kommt. Was nutzt ihr denn mal? Das, das, ja. Jaaaa! Kommt her! Jaaaa! Das ist mir egal! Ich kill euch trotzdem! Trotzdem! Aha! Da verschluck ich mich auch noch. Ja, ja! Komm mal! Komm mal! Oh, nein! Sag mal! Hui! Wo ist denn noch einer? Oh! Wo ist denn? Ich kenne dich auch, Digger! Au! Ah! Los! Sag mal! Er ist Fall, halt! Hier! Aufm Boden, mit dir! Ich werd aber auch noch mitgezählt. Hohohohohohohohohohoho! Ich bin King! Hui! Hui! Mein Gott, der Bart ist schon wieder fertig. Was soll denn das? Hä? Wo kommt denn das jetzt her hier? Haben geile Sachen, super Schild, super Rüstung und hier ein Gegner, den wir schon mal hatten und nicht besiegen konnten. Denn der haut anscheinend gerne ab und... Was ist das für ein Gegner? Oh, 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 okay, okay. Was, meine Soße? Und der klaut meine Tänke! Lasst mich durch, lasst mich durch. Oh, dann verpisst er sich. Was hast du denn für eine komische, ekelhafte Spinne? Okay, schade. Jetzt hat er meine Sippsoße geklaut und hat sie verpieselt. Naja, egal, egal. Ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich dringend brauche. Ah, hey! Willst du mir wieder was klauen? Diesmal wirst du mir nichts klauen, Kollege. Was war das denn? Ah, ha, 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 ha. Ja, 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 ja. So. Ah, erst mal hier in Ruhe. Nehmen wir mal das hier zum Heilen. So. Uh, hu, 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 okay. So eine Ration. Was? Hey! Was machst du denn da drin? Na toll. Schade. Ich hasse es, wenn die Gegner sich irgendwie festbacken und dann an die nicht rankommen kann. So was ist doof. Entwickler, bitte patch das. Aber, naja, es ist ja auch verständlich, dass so was passieren kann. Da ja, das ganze Spiel beziehungsweise die Level-Struktur ja immer random aufgebaut wird. Und dann könnte natürlich auch mal passieren, dass dann der, oder die Gegner irgendwie falsch gesetzt werden. Spure habe ich eingesammelt, okay. Ich stimme erst mal diesen Weg hier, bevor ich den anderen Large interagiere. Ah, da kann ich mir Spuren draus sammeln. Aha! Okay, ist das ein Geheimweg-Moment? Ey, dieses Eisgebiet, das ist geil! Oh, tatsächlich! Kiste! Nice! Könnte auch irgendwas hier selber laufen. Boah, das ist ja geil gemacht hier. Zwei Kisten sogar. Oh, Geheimweg, geil! Schriftrolle der Heilung. Oh, ist das nice! An Hühnchen! Hey! Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Hexenknallfläschchen. Ah, ich weiß nicht. Ich will hier eigentlich ungern irgendwie was kaufen. Nee, nee, mach ich nicht. Okay, ultra geil hier. Ich höre doch irgendwie was hier. Egal. Ich mag Eisgebiete allgemein. Ah, du warst das. Weil die sind halt immer so... ...cool. Ja, das war... ...kein beabsichtigter... ...beabsichtigter... ...Wortwitz. Ah! Okay. Kann ich mir denn hier mal... ...raus? Der eine kann zaubern, ey. Ich will den Zauberer erstmal hier. Oder so. So. Ration mal kurz. Mammeln, äh, mümmeln. Aha. Aha. Nein! Ach! Mano! Geh du mal weg. Versuch's noch einbauen. Das hat einfach echt HP gekostet. Aber ich glaube, nee. Nee, das ist mir so gefährlich. Die kommt da, ich glaube, ich echt nicht hoch. Boah, Mann. Das hat mir echt HP genommen, ey. Schade. Was war das denn? Oh, nice. Wo bin ich denn jetzt? Ich finde, das kippt gerade so... ...ultra geil. Weil so... Ich bin auch so am ersten Mal hier. Ich glaube, auch 1.9 oder so, ne? Boah, ich finde das echt ultra geil hier gerade. Aha. Geh ich halt erstmal runter hier. Komm! Ah, Kisten! Geil! Hier könnt's... Nein, nicht weitergehen. Wieder alles richtig gemacht. Kisten. Mhm. Du, Zipsoße. Und Zip. Oh, du wolltest mir wieder was klauen, ne? Nichts. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Wo, wo bist du? Hab ich dich jetzt durch die Wand gehauen? Okay. Lol. Ich will kein Rezept dafür. Nein. Ja, du gehst doch durch die Wand hauen. Warum nicht, ne? Ach, jetzt bist du hier gespawnt. Okay. Was? Da hätten wir was gestohlen. Die Zipsoße. Oh, komm her. Komm her. Oh, Mann. Klaut er mir immer hier die Zipsoßen, ey. Okay. Das ist... Das ist hart. So, kurz die Ration futtern. Und da hinten ist Party. Deswegen gehe ich, glaube ich, mit... Moment. Ich höre doch was. Hä? Hä? Wo kommst du denn her? Na? Oh, komm. Nee, hier. Gib sie mir wieder. Du Sausack. Alter, jetzt hat er mir doch Schriftrollette Heilung geklaut. Oh, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Was willst du denn jetzt? So, Bengel. Also, Sub-Sipsoße kannst du mir gerne klauen, aber keine Heilungssachen. Das geht ja mal gar nicht. Wie, es kommt gleich noch einer, ey. Ich will mal kurz hier eine Ruhe haben hier. So, mach mal hier davon ein paar. Ich höre doch schon wieder was hier. Ja, wo ist es denn? Hier bist du. Okay, so. Da wird wieder Party gehen. Deswegen nehme ich jetzt... Ähm... Glückgnügen für Gesundheit und Widerstand. Ja, haufenweise... Tränk der Heilung. Weil mir die Sub-Soßen alle geklaut worden. So, bevor mir die Schriftrolle auch noch geklaut wird. Guck mal, ich hab schon so viel Heilung, dass das schon fast in dieser Textbox reingeht. So, komm mal her. Ja, ja, genau ich jetzt. Ja, wunderbar. Und jetzt musst du auch noch. Oh, jetzt kommt die Roten, glaub ich, ne? Noch hab ich schon Frist. Hätte gerne hier... Nein, nicht das Langschwert. Da. Okay. So, hast du jetzt hier Party? Nein, 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 nein. Oh, das ist so unfair. Kommt der. Mag die Roten Gegner irgendwie, die sind cool. Oh nein, aber das ist auch cool. Au. So, den haben wir gleich. Ergo, jetzt. Kommt her. Ich höre schon wieder so, 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 so ein Kasper. Oh, oh, okay. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße. Fähle raus. Mein Gott. Nein, 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 nein. Raus, 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 raus. Bitte raus, raus. Hallo. Oh Gott. Ich kann mal was hier. Sauf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. Oh. Ja, ja, weiter, weiter, komm. Die Lauder, komm, los. Oh. Wer hat das denn noch überlebt, ey? Alter. Oh. Geil. Ich hab mich schon so tot gesehen, ey. So tot. Oh. So, jetzt mal du hier, bevor du springst, äh, springst. Nein. Oh, ich hasse diesen Boden hier. Wie oft noch? Wie oft noch? Hallo. Kann ich da mal bitte raus? Och. Ey, das nervt. Meine Güte. Können wir hier rüber. Da ging es aber auch noch weiter. Egal. Ich guck mal, ich guck erst mal nicht hier dran und lang. So. Hey. Och. Wo kommst du denn jetzt her, du Spinne? Wer, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Sch 57. Sehr nice. Wah. das ist noch mal eine kiste guck mal an die level 2 waffe da kommt die weg guck mal an jetzt habe ich die level 2 waffe level 3 schild und level 2 rüstung guck mal an der weg ist es gewesen okay nämlich diese spinne mir noch ja egal ich hab die gekillt da ist aber echt gut abgerockt hier und nein und nein nein nicht hier aber ich habe eine super waffe hier jetzt mein neuer tag geklaut so der habe ich wieder geholt geil wir sind super ausgerüstet für das nächste level das nächste level das neu ist das wir noch nie erreicht haben leute weltpremiere das noch in diesem part leider habe ich immer noch so wenig kohle um mir die nächsten segen zu holen aber hey wir haben fünf kunstwagen und können weiter und kraft um eine runde echt weltpremiere level 4 wir sind so gut ausgerüstet zurzeit ja soll ich mir wieder was neues holen hier ich weiß es noch nicht guck noch mal kurz was ich so alles habe hier wir haben hier level zwei schwert der waffenschmied sandarkar liebte das lachen von kindern aber ratten mochte er nicht er führte seine waffe die macht des feuers ein um sie auszumerzen oh wie schön da haben wir hier unser janek langschwerts kennen wir schon dann level drei schild level eins schild was war es das kann eigentlich weggehen so was bräuchte ist nicht aber hier schon so was richtig gutes habe hier ich meine top so ich glaube ich werde das hier als nächstes benutzen ich mag die neue waffe hier sieht nice aus level 4 zum ersten mal bin grad so aufgeregt level 4 zum ersten mal bin grad so aufgeregt ha 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 idiot 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 okay alter ist die waffe nice da gucke ich mir gleich die kiste an mal genau da kommen wir gleich wieder so riesen raus riesen viel nicht doch nicht ups oh was warst du denn oh kleines süßes ding oh und ich habe es getötet das fühle ich mich schon schuldig tut mir ja echt leid was ist das jetzt hier gebräuntes leder level 2 rüstung aha was die sieht jetzt nicht so aus wie ist der text wenn du das berüchtigte fall gack gebirge überquerst bist du den schlimmsten elementen ausgesetzt mit dieser schutzausrüstung tun feuer eis und sogar magie magie nichts mehr so doll weh aha okay ich glaube ich nehme die doch die sieht zwar nicht so schön aus aber jetzt ehrlich da bin ich gut gegen magie geschützt und das ist beides eine rang 2 rüstung und da ist die party los kann ich mich da rein mischen ah wieder ein anderes neues gebiet das waldgebiet ist auch neu wow sind wir eine waffe starb der willkür im gewalt schau wir uns gleich mal an aber ich will ich will da genau eine unbekannte bombe wie die dagegen kämpfen ey bombe sammeln wir gleich ein ich misch mich da erstmal mit rein oh oh hey 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 hallo da bin ich hu 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 nice so erstmal kurz hier alles abchecken hu 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 so was haben wir hier ein gefäß aus keramik das nach einer mischung aus brauerei und alchemielabor riecht ok können wir vielleicht irgendwie interessant nutzen so schwere stab hat einen eigenen willen erflüstert dir leise zu benutzt mich zum prügeln zerschmettert die ganze welt gruselig das ist eine rang 2 waffe hier haben wir eine rang 1 also wir nehmen den stab so was haben wir hier die hautlage ist das rang 1 so nö so nö so nö rang 1 ja was ist denn da los oh ok so was haben wir hier alles oh guckt euch das an hortler axt in feuerstyle dann eis hortler axt sandarx bastard schwert alles rang 1 für diesen trakte haben unsichtbarkeits elixier ok moment mal einmal das hier nutzen bitte wir das elixier haben ein schluck genügt um mein gefühl der gesundheit und das widerstand zu spüren also das ist also ja klar warte mal dann möchte ich aber trotzdem unsichtbarkeitsding bewirkt dass man für kurze zeit unsichtbar wird für 30 sekunden oder zweieinhalb jahre ich kann mich nicht mehr genau erinnern danke ja gucken wir doch mal was diese waffe so kann wenn wir da reinmuggeln nein aber wir können diesen Weg nehmen ok super fortschritt bisher komm her komm her ich bin der Schiff warum so ok gucken wir gleich nein du nicht du nicht ok ok die haben wir doch eindeutig getroffen Oh, da könnte es weitergehen. Weiße, die Waffe gefällt mir gerade nicht so. Oh, ho, 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 ho. Okay. Ich weiß nicht so, die Waffe... Ist das nicht so meins? Okay, wenn wir jetzt mal kurz hier mit dir Spaß haben. Ja, oder nicht? Dann halt nicht. Also irgendwie gefällt mir die Waffe überhaupt nicht. Ich will sie nur einmal kurz am Kampf testen. Ist da oben was? Ich glaube, ja, ne? Oh, bitte hoch da. Dann nicht. Bisher bin ich von dieser Waffe nicht so wirklich überzeugt. Lauf da halt nicht. Komm! Okay, warte mal. Ich gucke da gleich, was da alles so ist. Oh, totgebräu. Das klingt gar nicht gut. Okay, so. Ich frage mich kurz hier. Und scheck mal eben, was habe ich hier da gerade eingesammelt. Das ist totgebräu. Handelt es sich um Gift wegwerfen. So, was haben wir hier? Ration. Sehr schön. Die esse ich auch direkt mal. Ration. Ration. Eine unbekannte Bombe. Wollen wir sie mal nutzen? Ich muss auch sagen, dieses Schwert gefällt mir echt mehr. Na ja, na ja. War es nicht so meins? Oh. Oh, Hilfe. Hilfe. Ah. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hallo? Sag mal. Ich bin mal kurz weg. Ich will mich gesünder. Das mächt ich aber eben nicht so. So. Ha, 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 ha. Ach, das ist ein Life-Rack. Okay. Das erklärt einiges. Ah, du wolltest mich überraschen, ne? Nee, 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 nee. Diesmal nicht. Ah, du bist schon tot. Ach so. Sag das doch. Tschö, okay. Das war's. Ja, das war's. Doch, ich hab's. Ja. Ja. Vielen Dank.